Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Mining Newsflash. Heute mit Bluestone Resources, Carora Resources, Victoria Gold und Griffin Mining auf Rohstoff TV. Spektakuläre Nachrichten von Bluestone Resources. Das Unternehmen gibt die Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung PEA bekannt und überrascht mit der Ankündigung, anstatt eine Untertageminie gleich einen Tagebau zu errichten. Damit können die Goldressourcen und das Produktionsprofil verdoppelt werden, wodurch sich der Kapitalwert des Projekts auf 907 Millionen US-Dollar fast verdreifacht. Der kürzliche Abschluss der fortgeschrittenen Ingenieurs- und Optimierungsarbeiten hat das Verständnis für das Projekt erheblich verbessert und die Möglichkeit eröffnet, die oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung durch einen Tagebaubetrieb zu nutzen. Dies ist eine wichtige Änderung der Unternehmensstrategie, die den Wert des Goldprojekts Cerro Blanco für alle Stakeholder vollständig maximieren wird. Das in unseren Augen recht konservative Base-Case-Szenario der PEA mit einem Goldpreis von 1.550 US-Dollar pro Unze und einem Silberpreis von 20 US-Dollar pro Unze ermittelt einen Netto-Barwert von über 900 Millionen US-Dollar und einen internen Zienzwurz von 28,5%, was eine Amortisationszeit von 2,6 Jahren bedeutet. Bei einer Goldpreissteigerung auf 1.800 US-Dollar pro Unze steigt der NPV auf 1,3 Milliarden US-Dollar und der IRA auf 36% bei einer Amortisationszeit von 2,2 Jahren. Das Modell sieht eine Spitzenproduktion von 334.000 Unzen Gold und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 231.000 Unzen Gold über die Minenlebensdauer von 11 Jahren voraus. Über die gesamte Lebensdauer betragen die RSC 642 US-Dollar pro Unze, wodurch der durchschnittlich jährliche Free Cashflow 186 Millionen US-Dollar betragen soll. Über die gesamte Lebensdauer sind das in etwa 2 Milliarden US-Dollar. Das Projekt verfügt nun über gemessene und angezeigte Ressourcen von 3 Millionen Unzen Gold und 13,2 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,5 Gramm Gold pro Tonne und 6,7 Gramm Silber pro Tonne. Carora Resources gibt den Abschluss seines 12.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beim Goldprojekt Spargos Reward bekannt. Hochgradige Diamantbohrergebnisse erweitern einen Goldausläufer auf über 300 Meter in der Tiefe mit einem Abschnitt von 6,1 Gramm Gold pro Tonne über 14 Meter als Ressourcendefinitionsbohrung im Vorfeld des Ressourcenupdates. Wichtig zu wissen ist, dass der Ausläufer weiterhin nach unten offen bleibt. Ebenfalls gut zu wissen ist, dass es sich dabei um einen neuen Ausläufer handelt, der von den früheren Eigentümern noch nicht erkannt wurde und der sowohl die oberflächennahe hochgradige Mineralisierung als auch die unterirdischen Möglichkeiten bei Spargos aufzeigt. Damit ist das erweiterte Bohrprogramm nun abgeschlossen und man blickt verheißungsvoll auf die bevorstehende Mineralressourcenschätzung und den Beginn der Abbauaktivitäten auf Spargos im zweiten Quartal diesen Jahres. Im ersten vollen Jahr der kommerziellen Produktion gibt Victoria Gold eine Produktions- und Kostenprognose für 2021 in der Goldmine Eagle bekannt. Darin wird die Produktion auf 180.000 bis 200.000 Unzen Gold bei Gesamtförderkosten zwischen 1.050 und 1.175 US-Dollar pro verkaufter Unze Gold geschätzt. Zusätzlich wurden Explorationsausgaben auf 8 Millionen US-Dollar geschätzt und gelten als Wachstumskapital. Im Rahmen seines zuletzt angekündigten Aktienrückkaufsprogramms erwarb Griffin Mining in den letzten Tagen zwei Aktienpakete von 25.000 und 15.000 eigenen Stammaktien zu je 1 US-Dollar Cent nennenwert. Die Gesellschaft erwägt auch weiterhin zurückzukaufen, was dem Aktienkurs natürlich langfristig zugute kommt. Mit diesen positiven News kann die Woche doch weitergehen. Das Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SAC Mining Special Situations Certificates sein oder werden. Danke, dass Sie uns zugesehen haben und auf Wiedersehen aus der Schweiz.